Hallo, wir wollten euch mal den Tag mitnehmen und jetzt sind wir gerade aufgestanden, haben uns angezogen und jetzt geht's ab zum Frühstück. Tschüss! Ich hab schon mega Hunger! Hallo, da sind wir wieder und da sind Jule und Marielle. Wir sind gerade beim Frühstück und ich hab mir zum Beispiel hier Joghurt mit Obst geholt. Hier. So, wir sind jetzt wieder nach dem Frühstück oben und jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause, ruhen uns aus und noch vor dem Training. Tschüss! Peace! So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Halle. Hier ist auch Elma und Julia. Hi! Genau, wir rollen uns noch ein bisschen warm. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Halle. So, wir sind fertig mit dem Training und gehen jetzt zum Mittagessen. Wir sind in der Schule dran. Genau. Das Training war ganz gut. Ja. Sehr schön. Das ist unser Mittagessen. Marielles. Ja, genau. Das Jule. Ja. 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 Genau, das ist unser Zimmer. Die Julia ist gerade bei Physio und wir chillen jetzt erstmal eine Runde, bevor wir ins Training gehen. Genau. Ich schlafe jetzt noch eine Runde. Dann sehen wir euch gleich auf dem Weg zum Training. So, jetzt sind wir gerade auf dem Weg in die zweite Trainingseinheit. Und? Schön geschlafen? Ja. Gut. Gut. Ich schlafen. Gut. Alles. Gut. Jetzt. Gut. Nach dem Training, wie wir aussehen. Wir wehen uns noch aus oder hängen uns ehrlich gesagt aus und dann sind wir fertig mit dem Training und ja. Genau, jetzt gehen wir noch Abendessen und dann noch in die Sauna. Das ist jetzt so Regeneration. Genau. So, jetzt geht's ab in die Sauna. Da ist die Sauna. Hier. Gehen wir gleich alle rein. Das Dampfsauna und hier das kältende Becken, wo noch nichts drin ist. Ja. So, wir sind jetzt wieder von der Sauna im Zimmer und ja. Genau, wir hoffen euch hat der kleine Einblick bei uns in den Lehrgang gefallen und ihr konntet so ein bisschen sehen, wie es bei uns dann abläuft. Ja. Dann sagen wir wohl. Tschüss. Tschüss. Da sind so Meer Anklegen. Aber wenn die Sauna ist. Zeig. Pasningen ist hier. Tanen. Vielen Dank.